Yo Leute, hier ist ihr Zosken und ja, das Video was ich gerade, was ihr gleich sehen werdet, ist so ein Funny Moments Video, weil ein Kumpel von mir, der meine Videos immer guckt hat, so gesagt, yo, ich find das mega cool, wenn du einfach mal irgendwie so ein GTA Funny Moments Video machen würdest und dann hab ich so gedacht, okay, dann nehm ich einfach mal das auf, was ich so die ganze Zeit einfach so spiele und ja, meine Stimme ist jetzt vielleicht ein bisschen kaum ich gerade, weil ich nehm das gerade für mich frühmorgens auf, also es ist eigentlich gerade halb zwei, also 13.33 Uhr, ja, aber dadurch, dass ich dieses Video, ich hab das gestern, hab ich das aufgenommen, also gestern Nacht hab ich das aufgenommen und geschnitten und alles gemacht, also das heißt geschnitten, also das sind halt so Zusammenschnitte und die Zeitlupe und sowas und die verschiedenen Kameraeinstellungen, die ihr da gleich sehen werdet, die hab ich gestern Nacht noch eingeschnitten mit dem Rockstar Editor ähm, und äh, ja, ich hab mir gedacht, ich werde dazu nicht reden, weil, ähm, erstens ist das, äh, mit der Zeitlupe wäre das sowieso, äh, kack gewesen, wenn ich da zu live rede und jetzt so nach was einkommentieren, ist aber auch mega blöd ähm, und deswegen lass ich's einfach so wie's ist und es läuft ein bisschen Musik im Hintergrund und dann passt das schon äh, ja, und, äh, ich hoffe, ihr werdet viel Spaß beim Video haben und ja, bis, äh, irgendwann, ciao Outro Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020